Musik Sie ist eine Delikatesse aus dem Wattenmeer, die Miesmuschel. Doch wo einst die Netze voll hingen, ist heute fast nichts mehr zu holen. Seit zehn Jahren haben die Tiere kaum Nachwuchs. Auf der Nordsee tobt ein Kampf um Muschelsaat und die Zukunft der deutschen Muschelfischer. Wo, wenn nicht vor Süd, sollten die besten Muschelbänke der Welt liegen? Am frühen Morgen legt die Sibenus Gerjetz ab, zum Muschelfischen. Das Ziel von Kapitän Julien Deleo an diesem Morgen, Muschelkulturbank Nummer 19, kurz MKB 19 genannt. Sein Acker im Meer, wenn man so will. Wir sind ja eigentlich wie ein Landwirt, wir säen und wir ernten. Der große Unterschied ist nur, dass wir leider nicht an irgendein Reifeisen oder was weiß ich was Firma fahren können und unsere Saat da abholen können. Das gibt uns die Natur und ja, wir können das leider nicht irgendwo kaufen. Julien sät und erntet auf gepachteten Muschelbänken. Sie gehören dem Land Schleswig-Holstein. Mit seinen Decksleuten Fritz und Ernst fischt er junge Muscheln in freier Wildbahn. Die Jungtiere werfen die Fischer dann auf ihren Muschelbänken ab. Sie ernten sie nach ein, zwei Jahren, wenn die Schalentiere gut gewachsen sind. Heute auf Muschelkulturbank 19. Nach drei Minuten Schlepp zeigt sich in den Netzen, was auf dem Unterseeacker gewachsen ist. Was Stürme, Seesterne und Vögel übrig gelassen haben. Die Muscheln sehen gut aus, allerdings zu viel Fahrrad drin ist, zu viele kleine Steine und Austernschalen und Partschenförner, andere Muscheln. Sieht so gut, aber das ist eben, das geht auf den Rest zu hier, auf dieser Kultur. Diese Muschelbank gibt nicht mehr viel her. Aber trotzdem, 22 Säcke, einen Lkw voll müssen die Männer heute zusammenkriegen. Wie viele Säcke brauchen wir noch? Sechs Stück noch. Es wäre dringend nötig, hier wieder Jungtiere auszusetzen, also auszusäen. Aber woher nehmen? Seit gut zehn Jahren wurde kaum Nachwuchs gesichtet. Die letzten Jahre waren sehr schwierig. Wenn wir keine Saatmuscheln haben, das heißt kein Nachwuchs auf unseren Kulturen, haben wir natürlich auch irgendwann nichts mehr zum Erden und zu verkaufen. Wenn die Saatmuscheln ausbleiben, dann, ja, bleiben die Kulturen leer. Wenn die Kulturen leer bleiben, dann bleibt noch so unser Portemonnaie leer und, ja, dann geht's vielleicht nicht mehr lange gut. Ohne neue Muschelsaat bleiben auch die Feinschmeckerteller bald leer. In den letzten zehn Jahren haben sich Juliens Fänge halbiert. Seine Familie fischt seit über 100 Jahren. Aber so eine Krise haben sie noch nicht erlebt. Familientreffen auf offener See. Juliens Bruder Pascal geht mit seinem Kutter längsseits. Zu Gast an Bord ist der Vater der beiden Kapitäne, André DeLeo. Er ist so etwas wie der Muschelpate der deutschen Nordseeküste. Eigentlich ist Vater André für den Papierkram zuständig. Aber seit die Geschäfte so schlecht gehen, hält es ihn kaum im Büro. Seine Familie beackert die Hälfte aller deutschen Muschelbänke. Früher als Familienbetrieb, heute im Auftrag eines grossen holländischen Konzerns. Ja, Familienbetrieb war das mal. Jetzt gehören wir zu einer Unternehmensgruppe, Rum von Ierseke. Und wir arbeiten, die ganze Familie arbeitet dafür, ja. Der Älteste, der macht Muschelzucht in Niedersachsen, für die Rum von Ierseke. Und dann hier in Schlewi-Holstein ist Julien und Pascal beide tätig in der Fischelei. Heimathafen. Hörnum auf Sylt. Um diesen Arbeitsplatz kann man Julien beneiden. Seine Muscheln wachsen im Schutz der Insel heran. Deswegen werden sie besonders dick. Mal gucken, wie die aussehen, wo? Ja. Gib mir mal ein paar. Ja. Gucken nach dem Fleischgehalt. Auf das schön weiß ist und auf hier das Fett, auf das das schön dick ist. Da haben wir schon auch was ordentliches vom Verkauf von diesem Feld. Fleisch könnte etwas weißer von der Farbe sein, aber... Darum ist er nicht schlechter von Qualität. Der schmeckt sogar noch besser. Mh. Sehr schön. Doch Sylt geht leider leer aus. Der Lkw kommt. Ja, tun wir schon. Ab weg! Alle 22 Säcke gehen nach Holland, ins Zentrum des europäischen Muschelhandels. Was sie wert sind, ändert sich von Tag zu Tag. Das kann sein, dass diese Ladung, lass uns nochmal sagen, 7000 Euro bringt. Es kann auch sein, dass er 15.000 Euro bringt. Und das ist eine Riesenspanne. Die Preise bestimmt der Weltmarkt. Für die Muschelfischer ein reines Glücksspiel. Hier, Fritz. Hier sind noch zwei. Schönen Sack. Ja. Zwölf Stunden Fahrt im Kühllaster liegen vor den Muscheln. Seniorchef André wird später hinterherfahren. Vorher geht er noch kurz ins Büro. Vier Schiffe führen seine Jungs. Die Holländer sind seit jeher die Muschelspezialisten an der Nordsee. Sie bauten vor mehr als 100 Jahren eine regelrechte Muschelindustrie auf. Und die Familie Deleo war von Anfang an dabei. Mein Opa hat sich selbstständig gemacht in 1902. Mein Opa ist angefangen und mein Vater und meine Mutter haben sich kennengelernt in der Verarbeitungsfabrik, lass ich so mal sagen. Das ist mein Vater und das ist meine Mutter. Meine Mutter guckt schon ganz lieb nach ihm, siehst du? Ich habe auch meine Frau kennengelernt, auch in der Fabrik. Und meine Jungs sind auch wieder in diesem Fach tätig. Ich weiß nicht, wir sind so ein bisschen mit Muscheln behaftet, sage ich immer. Aber ob die Söhne weiter von den Schalentieren leben können? André Deleo ist auf dem Weg zu seinem ältesten Sohn David. Gemeinsam mit ihm will er der Krise beikommen und Muschelsaat in einer Art Aquafarm züchten. Das ist ein Ernteschef für die langleinende Muschelkultur. Fischereihofsicht ist auch schon da. Na ja, gehen wir mal an Bord. Sohn David kommt mit dem Schlauchboot, um Vater André abzuholen. Machen wir mal schon hin. Ihre Aquafarm liegt draußen vor Hoogsiel bei Wilhelmshaven. Alles klar. So. Machen wir mal ein bisschen gucken da. Wie das aussieht. Drei Jahre hat ihr Pilotprojekt gut funktioniert. Jetzt ist die Stimmung eher gedämpft. Die beiden erwartet ein unschöner Anblick. Die jungen Reden rein. Ja. Ihre künstlichen Muschelbänke saufen ab. Ein 5 Millionen Euro schweres Pilotprojekt. Hey. Hallo. Aus Holland ist schon ein Spezialschiff zur Hilfe gekommen. Alles von dem Scheißkram. Eigentlich sollen die Rohre die künstlichen Muschelbänke über Wasser halten. Aber alles ist dick bewachsen mit Meeresgetier. Unter dieses Rohr hängt ein Netz von drei Metern tief. Und 108 Meter lang. Hier kannst du es sehen. Und an diesem Tau heftet sich die Muschelbänke. Aber dieses Jahr haben wir das Problem, dass wir einen langen Winter hatten. Und dann ist ein rascher Temperaturanstieg. Und dann haben sich auf diese Netze Seepuppen und die filtrieren Slick. Und dadurch ist das alles so schwer geworden, dass es unter Wasser liegt. Jetzt muss die holländische Waschbürste ran. Rohre und Netze werden abgeschrubbt, damit die millionenschwere Zuchtanlage nicht untergeht. In den Böten stehen oder nicht? In den Böten stehen. Untendran hängt nicht nur Unerwünschtes, sondern auch Muschelnachwuchs. Er ist noch nicht erntereif, wird jetzt durch den Wolf gedreht und geht kaputt. Mit dem Schlauchboot nähert sich der Fischerei-Aufseher. Alles, was hier im Nationalpark Wattenmeer passiert, steht unter Aufsicht und wird dokumentiert. Wo läuft es? Geht's? Ja, kann man ja Probe ziehen. Ja, war nicht schlecht. Nehmen wir gleich vom Förderbandweg hier. Normalerweise werden hier in diesem Bereich ca. 2000 Tonnen Muschelsaat geerntet. Und so wie es dieses Jahr aussieht, wird es gleich ein Drittel davon von der normalen Ernte. Das ist natürlich wirtschaftlich natürlich bereichsbar. Was das meint, finanzielle Katastrophe, dann sprechen wir über einen Ernteertrag von anderthalb Millionen Euro. Und wenn man da zwei Drittel von verliert, dann wissen Sie, was los ist. Und dann solche Rieseninvestitionen und Spezialchef und so weiter. Aber das sind die Ups und Downs. Ich meine, ich sitze jetzt 40 Jahre im Fach und davor schon unsere Familie. Und dann weiß man, diese Höhen und Tiefen, natürlich muss man die Kraft haben, das zu überleben. Und das ist nicht so einfach immer. Eine Million Verlust und trotzdem ein Lachen. Dafür braucht man ein Muschelfischer-Gemüt. Seniorchef André lässt seinen und den Muschelnachwuchs zurück und fährt nach Holland in die alte Heimat. Nach Jeseke. So wie andere, sondern mal in England und Irland angefangen sind, haben wir den Schritt nach Deutschland gemacht. Und das war Beziehunglagen von aus Kriegszeiten. Kriegszeiten sind damals ungefähr 150 Leute von Jeseke in den Arbeitsdienst gewesen auf der Insel Wigauföhr. Und haben da Muscheln gezüchtet für die deutsche Meermacht. Im niederländischen Jeseke steht eine Schalentierfabrik neben der anderen. Direkt an der Osterschelde, am besten Muschelgewässer der Welt. Im ganzen Ort dreht sich alles um die Schalentiere. André Deleos Muscheln sind von Sylt auf dem Landweg eingetroffen. Zeit zu gucken, wie die wertvolle Fracht sich gehalten hat. Immerhin lebende Tiere. 20 Tonnen Muscheln hat Familie Deleos geliefert. Ein Viertel ist Tara. Steine und Beifang. Der Weg der Miesmuscheln ist nun vorgezeichnet. Der des Beifangs nicht. Förderbänder transportieren die Schalentiere in große Meerwassertanks. Darin werden sie über Nacht gespült und vom Sand befreit. Am nächsten Tag wird sich zeigen, wie hoch ihr Marktwert ist. Währenddessen draußen vor Sylt. Kleine Verschnaufpause für die Besatzung des Fangschiffes Sibenus Gerjetz. Fritz, Ernst und André Sohn Julien warten das Schiff. Der Käpt'n sieht hier noch selbst nach der Maschine. Das gehört ja dazu, dass man seine Sache auch ein bisschen wartet und pflegt. Das ist ja nicht nur das Fischen, das ist natürlich das Schönste. Aber von diesen Jungs hängt ja doch unser Leben ab, wenn wir draußen sind. Und dann vergewissert man sich doch selber gerne, ob auch alles in Ordnung ist. So Wasserstand und Öl und sowas. Halb neun ist Niedrigwasser. Julien steuert MKB 2 an, einst eine seiner besten Muschelbänke. Doch dort stimmt etwas nicht. Und er will nachsehen, was los ist. Musik Das ist sonst eigentlich Kultur hier. Und ja, das, was ich hier sehe, ist natürlich nicht so schön, weil das ist einfach Mist für uns. Was er sieht, sind pazifische Austern mit messerscharfen Kanten. Diese großen Klumpen, da kann man auch auf dem Markt leider nichts mehr mitmachen. Ich bin auch noch eine Miesmuschel, also die Kultur war früher immer sehr gut. Diese Größe, ja, wenn man die komplett hätte, dann könnte man vielleicht noch was damit machen. Aber das ist halt leider nur der kleinste Teil. Die ganzen großen werden wir so eine Auster schlürfen, so ein Riesenapparat. Das ist schon nicht mehr appetitlich. Das Problem ist, wenn man hier nichts macht, wird es immer mehr werden, weil die Auster hat halt keine natürlichen Feinde. Also das wird immer weiter wuchern und wegfischen wird man die Auster wahrscheinlich nie können. Also das ist einfach zu viel. Wollen wir mal zusehen, dass wir wieder zurückkommen. Austern im Wattenmeer und seit Jahren kaum noch Miesmuschelnachwuchs. Experten geben dem Klimawandel die Schuld. Julien und alle Fischer könnten endlich einmal gute Nachrichten gebrauchen. Spät in der Nacht kommt die Meldung, mit der keiner mehr gerechnet hat. Vor Büsum soll Muschelsaat gesichtet worden sein. Muschelfischer aus ganz Schleswig-Holstein machen sich sofort auf den Weg, obwohl die Nordsee bei Büsum noch von einem Sturm aufgewühlt ist. Wir haben jetzt gestern Abend noch beschlossen, dass wir es auch versuchen, nach Büsum zu fahren und bei Saar zu fischen. Und da wir jetzt ja noch fünf, fünf, fünfeinhalb Stunden da hinfahren wollen und wir nachher um neun oder anfangen wollen, müssen wir es jetzt schon auf den Weg machen. Jeder möchte natürlich den ersten und besten Stück von Kuchen abhaben und da wird es schon ein bisschen heiß hergehen. Die Seebennus-Gerjetz kämpft sich durch die nächtliche See. Fritz und Ernst kämpfen sich langsam aus dem Bett. Ja, um halb drei weiter. Ne, um drei besser gesagt. Da habe ich das schon rammeln gehört. Aber ich habe ein bisschen weiter gelullert. Die Männer leben wochentags an Bord. Sie sind ein eingespieltes Team. Wir sind praktisch wie eine Familie. Von Montags bis Freitags. Danke. Bitte, bitte. Das gibt vielleicht auch mal leichte Diskussionen, aber hier rein, da raus am besten. Also, das geht eigentlich im Großen Garten sehr gut, klar. Julian hat zur Unterstützung einen alten Freund mitgenommen, Frank Petersen. Er war früher selbst Muschelfischer, musste seinen Betrieb wegen der Krise aber verkaufen. Morgen. Wattengeschaukel. Früher brauchten wir eigentlich nur eine halbe Stunde fahren und dann konnten wir fischen. So viel wir wollten, da gab es keine Absprachen. Und da war es einfach, da war es reichlich. Es war wirklich reichlich. Und dann auf einmal war ein Schnitt und da war dann praktisch gar nichts mehr. Heute soll es endlich wieder so sein wie früher. Für alle genug zu fischen, aber ordentlich abgesprochen. Da hinten kommt noch ein Kollege, der hässliche Punkt am Horizont da. Und wenn der da ist, geht's los. Fünf Schiffe werden versuchen, möglichst viel Muschelsaat abzubekommen. Man hofft ja, dass die Netze voll sind, wenn sie wieder hochkommen. Aber jetzt nach dem Sturm weiß man es nicht so hundertprozentig, ob die Muscheln noch da sind oder ob sie weggetrieben sind. Das ist immer so wie Weihnachten, wenn die Netze hochkommen. Man weiß nie, was drin ist. Olaf, André, Weg drei, anfangen oder was? Weiß ja jeder seine Zeit, oder nicht? Ich hab nichts dagegen. Die Uhr läuft. Vier Stunden und zwanzig Minuten darf jeder fischen. So ist es abgesprochen. Zu schnell. Nicht mehr. Zu schnell. Nicht mehr. 33. Achso, du meinst die Dingsen. Unten auf Deck müssen Fritz und Ernst rennen. Oben steuert Julien die Netze rechts, Frank die links. Der Anfang ist mau. Da waren Saatmuscheln drin, aber man sieht das natürlich lieber, wenn die Netze voller sind. Manchmal hilft ein Blick zur Konkurrenz. Die sind auch im Gang jetzt. Wir gucken mal, ob das da besser fischt. Der pumpt da eine schwarze Suppe raus, als wenn du die Bild schlenzt. Das sieht aus, als wenn die da einen Schlick haben. Da ist das nicht viel besser als Kornste. Aber Netz für Netz wird der Fang besser. Die Sibenusger jetzt hat den richtigen Platz gefunden. Wird besser. Und die Muscheln waren schön, die da drin waren. Guck mal, ziemlich sauber. Wenn du so noch ein paar Stündchen weiterfischen, dann denke ich, dass wir eine schöne Ladung zusammenkriegen heute. Und sofort rückt ihnen die Konkurrenz auf den Pelz. Da hilft nur das Muschelfischer-Gemüt. Man kann auch mal um so ein Brötchen betteln, wenn sie noch dichter rankommen. Das ist einfach nur Kampf um einen guten Strich. Um eine gute Strecke. Ein bisschen Spannung muss ja auch sein, ne? Da braucht man ja auch mal was zu lachen. Wenn alles heil bleibt, ist alles im Rahmen, alles in Ordnung. Die beiden Kapitäne fischen mit ihren Leuten bis mittags halb zwei. Erst auf der Rückfahrt nach Sylt hat Julien Zeit für einen Blick in den Laderaum. 80 Tonnen Muschelsaat hat sich seine Mannschaft erkämpft. Wenn alles gut geht, werden die Tiere ihr Gewicht bis zur Ernte verdreifachen. Das ist eigentlich eine schöne Saatmuschel, schöne Größe, schön schwarz, sieht gut aus. Auch diese Trossen, das ist nachher beim Aussehen schön auf dem Boden auszusehen. Also bin ich eigentlich zufrieden mit dem, was wir heute zusammen gepfischt haben. Aber noch ist der Stress nicht vorbei. Die Fracht muss schnell wieder ins Wasser, auf die Muschelbänke vor Sylt. Auch im holländischen Jisseke kommen die Fischer zurück in den Hafen. Ihr Fang geht jeden Tag auf eine Auktion. André Deleu will schauen, was auf dem Markt ist. Guten Morgen. Einfach laden Sie den Streit. Und wir beginnen mit Nummer. Elf Schiffsladungen stehen zum Verkauf. Die Händler geben ihre Gebote geheim per Computer ab. Keiner kann sehen, was die anderen bieten. Nach einer Minute ist eine ganze Ladung verkauft. Es sind heute fast nur kleine Muscheln im Angebot. Große Muscheln, wie sie aus Deutschland kommen, stehen deswegen hoch im Kurs. Und wir beginnen mit einem Kurs. Ja, zufrieden? Ja, ja. Bisschen zu teuer. Meine Einschätzung war doch ziemlich okay, dachte ich. Ich hatte gesagt, so 1,80 Euro pro Kilogramm. Und hier ungefähr, und unsere Qualität ist sicher so gut. Ja, stimmt. In der Fabrik werden Andres Muscheln bereits sortiert und verpackt. Natürlich lebend. Sterben werden die Tiere erst im Kochtopf. In Deutschland gibt es keine vergleichbare Fabrik. Wie gut sein Fang wirklich ist, zeigt erst eine Qualitätskontrolle. Der Kontrolleur prüft genau ein Kilo Muscheln. Ein paar Prozent Fleisch, mehr oder weniger, machen jetzt den entscheidenden Unterschied. Wenn ich 25 Prozent Fleisch hatte, dann kriege ich vielleicht 1 Euro bis 1,10 Euro pro Kilogramm. Und jetzt denke ich, das schätze ich, müssen wir später mal sehen, aber ich schätze diese Ware doch schon 1 für 1,18 Euro. Das ist 14.000 Euro mehr auf eine Ladung, ob man gute oder Top-Qualität hat oder nicht. Die 14.000 Euro-Frage klärt man mit Kochtopf und Taschenmesser. Nach dem Kochen wird das Fleisch aus den Schalen gelöst und gewogen. Die vor Sylt gereifte Top-Qualität bringt gutes Geld. 36.000 Euro für die gesamte Ladung. Bestellt hat sie ein norddeutscher Discounter. Syltar Feinkost-Qualität. Einmal nach Holland gefahren und wieder zurück. Bevor sie im Supermarkt landen, sind die Muscheln weit gereist. Mindestens 1.500 Kilometer. Vor Sylt gerät die Besatzung der Sibenus-Gerjets in Zeitnot. Ihr Frischerfang muss jetzt zurück ins Wasser. Und es wird bereits dunkel. Das sind überall, wo die Bäume hier in den Wacken stehen, das sind alles einzelne Felder. Darum muss er jetzt entweder im Kreis oder in Erden. Nachher, wenn er zum Schluss fährt, fährt er auch genau in die Ecken rein. Und wenn mir das ungefähr gleichmäßig ein Teppich ergibt. Sie säen auf ihrer Muschelbank 37. Hoffen sie jedenfalls. Ja, man muss sich schon ein bisschen konzentrieren. Gerade wenn es jetzt im Dunkeln ist, ist es ein bisschen heikler als im Hell. Es wäre natürlich sehr schade, wenn sie beim Nachbarn auf der Kultur landen würden. Es war ein guter Tag für Julien, aber seine Branche bräuchte viel mehr solcher Tage. Aber wozu gibt es das Muschelfischer-Gemüt? Julien DeLeo macht Werbung für seine Produkte. Aus Kiel hat sich heute wichtiger Besuch angesagt. Die schleswig-holsteinische Ministerin für Fischerei. Die DeLeos wollen ihre Pachtverträge im Nationalpark Wattenmeer verlängern. Und das sind die Löhne von Ihnen? Ja, ich hoffe, dass Sie ein positives Bild nach Kiel nehmen. Und dass wir in der Zukunft die Verträge, die wir haben bis 2016, dass wir die verlängern dürfen. Umweltschützer würden die Fischerei im Nationalpark am liebsten verbieten. Gegen solche Ideen kämpfen die DeLeos mit Muscheln und ordentlich temperiertem Weißwein. Die Liebe fürs Detail kommt an bei der Ministerin. Also wird es vorerst irgendwie weitergehen. Das schwierige Geschäft mit den Schalentieren. Das ist ein schöner Beißer. Musik 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 Musik